9,25 Die liebt aber auch ihre Hosen. So muss man wirklich sagen. Das war ja jetzt voll der Moment einfach. Ja, war nicht, wenn wir... Das sehen wir nicht so. Das war Zugriff. Stell dir vor, wer gewesen wäre, der eine hätte den anderen gerettet. Warte, hast du es gehört? Da drin? Nein wer? Ja. Warte. Ich finde du solltest da rein und der Frau helfen, Putzi. Ist sie da drin? Du solltest ihr helfen, die arme Frau ohne Rosinen. Ist sie da drin? Ich habe so gehört da drin. Das habe ich auch gehört. Pass auf, ich mache mal auf. Hä? Aber unten waren wir schon, unten sind die Türen offen. Oben waren wir noch nicht. Das ist ja zu viel. Sollen wir erstmal hier den Flur abchecken? Check mal den Flur ab. Was siehst du bei dem Bild? Hast du gehört? Ich habe es wieder gehört hier. Ich höre es, es ist unten irgendwo. Da weint wer, Pan. Ja. Vielleicht, weil der Weindienstag bald ist. Ja. Was ist da drin, Pan? Da drin tropfelt es. Was hast du heute gegessen? Hä? Hörst du, dass ein Tropfelt wäre? Ich habe was gegessen, Pan. Warte. Oh, ja, ja, ja. Eine Pizza. Eine Pizza, Pan. Oh, du trinkst auch. Okay. Pan. Ja. Tröpfelt es drin. Pan? Ja. Bitte keine Spinne. Was tröpfelt? Da rechts rein. Da rechts rein. Da ist was, da ist was drin, Pan. Bitte keine Spinne. Alles nur keine Spinne. Hör auf, gib sie. Ich habe Angst für Spinnen. Ich habe keine Ahnung, ich hoffe nicht. Wenn was drappelt, dann sagst du als eine Riesenspinne. Oh, hier ist eine schöne Maske. Ja, Pan. Last from beyond. Hier, dann machen die mal Orgien mit so Masken. Pan. Ja. Ich habe Angst. Pan, Pan. Ich bin bei dir. Ich lege mich da mal hin. Wenn du willst, leg mich auf. Was ist denn hier los? Was ist denn hier? Nein. Du gehst jetzt schön mit. Bade, gute Nachbarn. Du gehst jetzt schön mit. Bade, gute Nachbarn. Du gehst jetzt nicht schlafen. Du hast jetzt Eier unter deiner Kutte. Ja, das brauchen wir leider. Okay, okay. Ganz kleine. Da ist eine Sechszimmerpan. Ja, stimmt. Da müssen wir aufmachen. Okay. Sechszimmer gefunden, lieber Chad. Sechszimmer gefunden. Okay. Und diese Ziegen immer. Guck mal, hä? Was hat der hier für ein Bild? Wie eine Ziegenpan wieder. Ja, aber wo ist denn der Kopf? Am Orsch. Also, der Kopf ist rechts. Aber warum? Stimmt. Warum fotografierst du? Hinter deiner Ziege. Ah, warte, warte, warte. Ein Schlüssel, Schlüssel. Ein Schlüsselpan. Und? Für, für, für ein Lesesaal. Für ein Lesesaal. Okay. Ja, ich dachte, das sind unsere Karriere. Kann ich mal zeigen. Ey, Dachboden ist immer am besten, ne? Aber wir gucken mal hier kurz. Aber, aber, aber da müsste man lesen können. Da bringt man nichts. Bahn. Ja? Hilfe. Hier rein. Versuch mal. Ist sie da unten, die doofe Kuh? Oh Gott, da, da ist ein Schlüssel. Wann ist denn hier noch? Oh. Hält die Schlüssel mal auf. Na? Küche. Was ist? Küche? Ja. Sollen wir kurz den Dachboden absichern? Und dann da hinten den Flur da entlang? Ja, ja. Sicher mal. Sicher mal ab. Äh. Oh je. Das ist der ungroßlichste Raum. Komm. Am Dachboden ist auch immer schlecht. Boah, die ganzen Obst hier. Die ganzen, das ganze Obst hier. Mann, am Dachboden ist auch immer gefährlich. Du weißt nicht, genau. Ja, Freund, guck mal. Hier die, die. Ja. Oh Gott, Mann. Oh Gott. Äh. Oh, noch ein Schlüssel. Hauptbadezimmer. Oh, das ist interessant. Jetzt können wir, jetzt können wir ins Hauptbadezimmer. Gleich. Das Sexzimmer. Wollen wir nicht auch noch checken? Das ist schön für Sexzimmerbade. Was ist das? Die Names ist sicher schon ganz, die freut sich sicher. Okay. Warte, dann. Wollen wir da runter gehen? Ja. Ähm. Putzi, putzi, putzi. Warte, 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 warte. Ich hab da jetzt was rotes Leuchtenes gesehen. Ah, jetzt Quatsch. Warte, ne, das ist die Kerze, das ist die Kerze. Okay, ich hab hier, das ist nur die Kerze. Alles gut. Warte, ne, ich hör was, ich hör was. Guck mal hier. Ich hör was. Panik, hör was. Da. Bahn, da ist schon wieder die Ziege. Dachbodenkäfig. 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 Oh, warte. Okay. Wir müssen ins Saubladenzimmer. Oh, warte, ich hab einen Zettel gefunden. Ja. Warte. Hör sie doch, sie ist doch da unten. Ne, ich kann die nicht lesen. Ich hör's auch. Ich hör's auch. Warum kann man die nicht lesen? Was ist da passiert? Pan, schau mal, das hab ich gezeichnet. Wir müssen das auf jeden Fall nochmal mit ihr gespielt. Wie findest du das? Ja. Ganz süß. Das hab ich gezeichnet, Pan. Was sagst? Ich find das, Putsi, ohne Scheiß, das sieht aus, dass du's gezeichnet. Da würd ich dir nicht mal widersprechen, Pan. Ich kann nicht zeichnen. Doch, du kannst zeichnen. Aber du kannst so. Ich hab das Bob-Ross-Bild gesehen da. Ah ja, stimmt. Das ist malen. Aber das geht auch noch mit viel Fantasie kriegt man das hin. Aber zeichnen kann ich nicht. Ich glaube, die ist unten. Die komische. Wir gehen erstmal zurück zum Haupt... Putsi. Ja. Hast du was getrunken? Da kommt sie, Pan. Komm zu mir. Komm zu mir dahinten. Ja dann geh doch mal hoch. Geh doch mal hoch, Pan. Pan, Pan. Ich hab sie gesehen, Pan. Ja und was machen wir denn jetzt? Sie war unten. Ich hab keine Ahnung. Wie hab ich sie noch eingefroren. Warte mal ganz kurz. Müsst du was so machen? So? Ich kann so machen, wenn du willst. Aber ich hab keine Ahnung. Schau. Hast du sie nicht gesehen, oder? Nee, ich hab sie nicht gesehen. Ich bin der Anteil hinterher. Sie kann die Treppen unten rauf. Sie kann die Treppen unten rauf. Okay. Ja. Vielleicht kommt sie jetzt eh nicht hier rauf. Sie ist unten. Hörst du sie? Pan, geh mal die Treppe runter. Kommt sie? Ja. Pan? Ja! Geh weg doch hier! Also sie kommt da hoch. Sie kommt da hoch. Warte. Sie kommt da hoch. Ich hab mich selber besabbert. Wir können hier wieder runter. Wir können hier wieder runter, Putzi. Putzi? Oh. Ähm. Putzi? Putzi? Pan? Ja? Kommt sie hoch? Ja, die kam ja grad hoch. Hä? Pan? Die ist hier unten noch, Pan. Ja, okay. Weil wir können da vorne auch runter. Aber die kam jetzt grad hier hoch. Ich hab's doch gesehen. Ich hab keinen. Ja, wo ist sie denn? Pan? Entschuldigung. Nee, sie. Geh zu fragen. Vielleicht hat sie Hunger. Haben sie Hunger? Haben sie Hunger? So junge Dame. Ah. Da hinten. Da hinten. Warte, warte, warte. Ich beobachte sie. Warte, warte, warte. Ich beobachte sie. Beobachte sie. Was macht sie? Sie steht da rum. Ja, ich weiß. Aber was macht sie? Ich bin im Sexzimmer. Ich bin im Sexzimmer. Doch, ich ignoriere die. Ihr habt die Faxen dicke jetzt. Oh mein Gott. Hier ist eine Ziege drin. Was? Was machst du denn da? Bibi! Bibi fein! Bibi! Bibi! Was ist los, ihr kleines Mädchen? Ja, hallo. Guten Tag! Wir rennen dich. Ja, fein! 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 Ja! Ganz kleine Ziege! Die ist aber die Bahn. Ich weiß nicht, was für einen Schüssel habe ich aufgebracht. Aber dir deine Bindehaut entzündet, Bahn. Oh nein. Hast du Salbe? Oh nein, ja, eine kleine. Kleinigkeit, ja, ja. Was ist, wenn man die Tür aufmerkt? Rät sie dann raus? Oh, kann ich die Ziege aufheben? Ich hab's ja auch schon versucht. Wann? Ja. Ich dachte gerade, du hast geahnt. Kann ich die anleuchten? Äh, Fuzzi? Ja? Bis gleich. Fuzzi? Quatsch. Ich hab's ja gehört, ist auf meinem linken Ohr gerade. Immer noch? Halt die Schnauze, Ziege! Die Ziege verrät uns voll! Panopphosie! Halt die Schnauze! Kann man das eigentlich immer mit mehreren Runden spielen? So eine richtig große Mettrunde, wenn man will. Ja, kann man, kann man, kann man. Und es soll auch mehrere Maps und so geben. Ah, cool, okay. Dann ist das ja ganz gut. Okay. Halt die Schnauze, Kleine. Halt die Schnauze. Hallo, Bu... Ne, ist nicht der Burzl. Baby! Baby! Oh, mach mal die Tür auf. Rennt die dann raus, die blöde Ziege? Oh. Okay. Oh, sie rennt raus. Ich hab die Tür zugemacht, übrigens links, nur damit du weißt. Okay. Ja, dann bleib sie jetzt bei uns, Kleine. Dann bleib sie bei uns, Pan. Ja. Wie heißt sie, Pan? Pan, wie heißt sie? Äh, Rudolf der Erste. Rudolf der Erste. Rudolf, komm mal her, fein. Fein Baby. Ich hab... Baby, Rudolf. Ich hab Angst, dass ich die... Wenn ich die Tür aufmache. Bist du dringend aufmachen, Pan? Tu es. Nein. Du tu es. Okay, Pan. Uh. Rudolf. Rennt raus. Rudolf. Rudolf, willst du raus? Ja, bleib... Was, kann ich ihn rauslocken, vielleicht? Komm, Rudolf, renn. Rudolf. Ah, rennt raus. Ah, okay. Der Rudolf ist draußen. Nein, Rudolf ist wieder da. Rudolf geht's raus jetzt. Ist doch Rudolf verbrennend. Pan, bist du wahnsinnig? Das ist unser erstes Haus und du willst es verbrennen. Pan, da ist niemand. Pan, du kannst kommen. Okay, gut. Pan, du kannst kommen. Okay, wir müssen aber immer noch... Ich hör sie. Wo müssen wir denn sie hin? Ich hab die Tür zugemacht. Da vorne, geradeaus hatten wir noch was. Da ist die Ziege, Pan. Da ist der Rudolf. Wo müssen wir hin mit dem Rudolf? Die müssen wir wahrscheinlich irgendwie zu den anderen... Scheiße, hab ich grad den Dachboden-Käfigschlüssel? Äh, Leute, hat jemand von euch mitbekommen, welchen... Haben wir hier ein Inventar? Oh. Putzi? Ja? Ja? Was ist? Ich hab auch eine Schlüsselbahn. Den Dachboden. Wir haben den Dachboden-Käfigschlüssel bekommen. Ich muss aber ganz kurz weg. Was? Ich lass mich doch nicht allein fahren. Entschuldigung. Geh zum Dachboden. Ich vergesse es nicht mehr, dass das so ein Voice-Chat hier ist. Ja, ja, ja. Pan, du kannst doch nicht alleine. Okay, wo war denn nochmal der Dachboden? Ach, hier. Die vorne, da oben, ja. Okay. Äh. Wo ist denn die komische Frau? I don't know. Lass dir mal den Zicklein mal raus. Wenn der Mörder kommt, dann schreit. Hey! Boah, was ist denn jetzt los? Pan, was ist das? Pan, wir sind ein Zodheim. Ich glaube, wir machen ihren mächtigen Strich durch die Richtung, ne? Komm mal, ich mach's nicht mehr. Ach so, ach. Pan, ich mag nicht mehr. Nee, ich hab auch keinen Bock mehr dafür sein. Pan, komm, lass mich rein. Määäää. Ja, määä. Wir sind ja eine Versorgung. Pan, ich hab keine Lust mehr. Die mährt uns gleich um. Also, bis jetzt hat sie ja... Huch. Bis jetzt hat sie ja noch nichts gemacht, ne? Bis jetzt hat sie ja so blöd geschaut und unheimliche Geräusche. Also, bis jetzt bin ich... Weil wir einbrechen, wir brechen ein, dann, äh... Ihre Ziegen lassen wir frei und ja, eigentlich sind wir. Pan, sie ist weg. Pan, sie ist weg. Kannst du mal hier gehen? Lass mich durch! Da war irgendwie Geräusche oben, da war irgendwie Geräusche oben. Sie ist hier nicht oben, ist ja hinten. Dreh nicht oben, dreh nicht oben, dreh nicht oben. Ich sag doch, nein, die Bahn ist unten. Aber da wollten wir hin. Ja, da wollten wir hin. Was macht man denn jetzt? Die steht da einfach rum. Aber kommt die näher? Ja, genau, aber frag sie mal. Was muss ich, wenn wir hingehen? Pann, geh zurück, die ist unheimlich. Pann, die rennt auf dich zu, ich schwöre es dir, Pann. Wenn du zu nahe kommst, du triggerst dich. Ja, aber die tut ja nichts. Naja, eben, dann geh mal wirklich hin. Pann, probier es mal. Nee, da bin ich ja tot. Soll ich hier gehen? Soll ich mal die Tür zumachen? Komm, ich geh zu. Geh aber nicht hier zumachen. Nee, die kommt, die kommt, die kommt. Aber sie reicht uns die Hand. Die redet. Was hat sie gesagt? Pann, die stecke, mich rede. Warte, rechts, 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 rechts. Geradeaus, 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 geradeaus. Treppe runter, Treppe runter, Treppe runter. Pann, da unten ist sie. Was? Nein. Die ist nicht hier, wo? Wo ist sie denn, Puls? Da ist sie, kommt, rein rein an Pann. Pann, sie sieht an mir. Oh Gott. Pann, wo ist sie? Ich weiß es nicht. Pann. Oh, Puls, wir haben es geschafft. Wir sind richtig gut. Boah, ich bin so. Pann, da war der Luzipfeil gerade neben mir. Aber die hat uns die Hand gereicht. Das muss man schon mal sagen. Pann, die ist immer noch da. Oh, oh. Oh, oh. Die Lampe, Frockett, Pann. Ja. Die ist unter uns, Pann. Pann. Ja, wohin denn? Wohin soll man gehen? Ich glaube, die ist unter uns, Pann. Ja, aber ist die hier die Treppe oder da die Treppe? Ich glaube, hier die da. Mäh. Sollen wir durch draußen vielleicht? Ja, aber nur woher? Wohin? 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 Die Treppe? Ja, ich habe ein bisschen. Also hier war die ja jetzt gerade. Ich würde eher da vorne hingehen. Davor? Ja, weil es weiter weg ist. Oder? Dann gehen wir hin, Pann. Die sind immer noch Agro. Wie können wir sie besänftigen, Pann? War meine Schuld. Vielleicht wenn wir ein Lied versingen. Sandmann, lieber Sandmann. Lieber Sandmann. Vielleicht irgendwas mit Engeln. Oh, 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 Gott. Pass auf, soll ich sie rauflocken? Und dann, Pann, muss immer laufen. Dann müssen wir laufen. Okay. Lieber Sandmann, lieber Sandmann, du kommst. Pann, siehst du unten? Pann, 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 pann. Siehst du sie? Ne, 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 zum Glück nicht, Pann. Was ist das? Ja, das war ich, Pann. Pann, schau mal um die Tür. Was? Mach mal, schau mal die Tür. Die Tür, welche Tür? Unten. Hä? Was ist mit der Tür? Pann, ich glaube, da, die Tür ist sie. Pann. Ja. Die ist doch da unten. Das ist aber unangenehm, ne? Oh, ich finde, ich sehe Tobi und den Erik bei sowas. Ja, die sollen jetzt mal kommen. Ich würde so den Tobi vorschicken, der würde dann sagen, bist du bescheuert? Das wäre super, dass du siehst. Schreib den Tobi an, der soll kommen. Der antwortet aber nie. Hallo? Pann? Ja? Pann, ich glaube, wer kommt da jetzt? Putsi, wir müssen irgendwas machen. Wir müssen irgendwas machen. Ja, richtig, Pann. Ich bin in der Runde. Pann, das Ding ist, wenn ich die Locke, kann ich vielleicht nicht mehr zurück, weil du im Weg stehst. Also entweder einer, hier, Pann, und jetzt raus und rechts. Und da hinten, nicht da hinten, 100 Uhr. Nächstes Saal, nächstes Saal, nächstes Saal, Schlüssel, du hast den, schnell, schnell, schnell. Ähm, hier, du? Pann, mach zu, mach zu, mach zu. Da ist schon wieder eine Ziege. Da ist schon eine Scheiße, ich bin in der Pann. Du Scheiße. Hallo? Oh, da ist wieder ein Schlüssel. Pann, nimm du ihn an. Wo denn, wo denn? Ne, nimm du, nimm du, nimm du. Alles gut. Sag mir nur, welcher das ist. Ich hab den Kiwi-Raum, Pann, und wir gehen nicht mehr lang. Den Kiwi-Raum? Pann? Ja? Kiwi-Raum. Äh, Pann. Pann? Ja? Du weißt genau was. Du denkst, dass sie hier ist, gell? Ja, 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 ja. Komm, ich schau in den Untergang, ich kriege ich Pann. Und hinten auch so. Ja, die blöde Tige. Ich würde gehen raus. Kann man nicht vom Fenster raus, hallo? Hallo? Komm mal raus? Ne. Boah, ich dachte jetzt schon. Hörst du das? Ähm. Was ist hier los? Ist sie hier für eine Party am Bienen? Pann, geh raus, geh raus, geh raus, geh raus. Geh, geh, geh. Ich hab ein... Pann, da ist sie, in dem Raum ist sie irgendwo. Pann, ich hab einen Schlüssel. Du unerschrocken. Gemeinschaftsbade... Geist. Gemeinschaftsbadezimmer. Das ist auch keiner geil. Was ist denn hier passiert? Die hat ein Kind, die hat ein Kind. Die hat ein Kind gehabt? Ja, klar. Das ist die Arme, wenn die das hört, Pann. Gemeinschaftsbadezimmer. Die Mama ist aber gut am Durchdrehen. Oh, da ist die Rose. Die hatte mehrere Kinder, glaube ich. Oh, ja. Ich lass mich von der jetzt nicht einschüchtern. Die ganze Zeit dachte ich so... Die ganze Zeit macht die ihre... Pann, das sind die Hunde... Du meinst eins, Pann. Hunde, die bellen, beißen nicht. Du weißt es ist. Ja, stimmt. Du weißt es ist. So ist es. Wenn die kommt, ich hau ja mal einen rein. Was machst du denn für ein Lärm um die Uhrzeit? So. Ja, echt mal. Wo ist die blöde Kuh? Wo ist denn die? Pann, ich würde mal sagen, du wirst dir mal das sagen, wie was du von ihr hältst. Mach ich auch. Ich hab gar kein Problem damit. Jetzt zeig dir mal, Pann. Zeig dir. So, ich geh jetzt hier... Zeig dir mal, wo der Hammer hängt. Warte, in dem Badezimmer waren wir schon, ne? Ja. Es geht auch um ein Gemeinschaftsbadezimmer. Hey. Aha. Warte. Ist sie da unten? Oh, das ist schwierig, Jesse. Okay, wir sind... Von da vorne. Hier waren wir schon mal. Hier haben wir nicht alle Türen auf gehabt. Ging? Jetzt wird es aber dämonisch hier unten. Ich kann hier rein, ich kann hier rein. Die ist auch ne Ziege. Ja. Du hast dich von der nicht mehr rein. Dann kann ich mal rein. Oh. Ziege muss raus. Scheiße, wir müssen die Türen... Oh, ne Rose hier. Ne Rose ist hier drin. Warte. Hier muss ich ducken. Im Kühlschrank. Ja, ja, ja. Pann, du kannst hier die Tür aufwachen. Die ist da nicht draußen, oder? Oh. Ich hab... Ist sie draußen? Okay. Geh mal raus, geh mal raus. Warte, warte. Die ist draußen, ja. Und jetzt kommt sie. Putsi? 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 Ja. Was mach ich denn jetzt? Ja, ich kann nichts machen. Warte, ich glaube, ich weiß was ich machen. Moment. Die Alte hat mich geschlägt. Du blöde Kuh. Lass die Pane los. Warte, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Pann, die Alte. Weg hier. Pann. Pann. Nein, wo gehst du denn? Warte? Warte. Was ist das? Putsi, ich komm zu dir, ich komm von der anderen Seite, ich komm von der anderen Seite. Ich komm von der anderen Seite rein. Oh Scheiße, warte, ich bin von unten, oh Gott. Putsi? Putsi? Was ist denn da? Putsi? 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 Putsi, hörst du mich? Putsi, hörst du mich? Putsi? Putsi? Kapuzi, Wurm. Putzi! Ich hab sie verarscht. Was hast du gesagt? Ich hab sie in dein eigenes Haus eingesperrt und bin da mal hinten rumgegangen. Pan, hast du sie wieder getriggert? Die ist langsam auf mich zu. Was ist das denn hier? Oh, Oktober. Sie scheint das Licht zu fürchten. Ich versuche sie aufzuhalten, aber Hilfe, verzeihen sie mir. Wir haben Licht. Ich hab die auch angeleuchtet, als sie die Scheiße mit dir gemacht hat. Und dann hat sie abgelassen von mir. Müssen wir ziehen? Ich hab ein Medikit genommen und konnte dich dann retten. Achso, ok. Pass auf, lad mal mal. Danke für deine Rettung, Pandoria. Kein Problem. Ich hab ja richtig Angst gehabt. Lass mal rausgehen. Oh, da ist sie. Aber nicht zu nah. Aber lass mal zu dieser Schale gehen. Ja. Und mit dieser Schale vielleicht müssen wir die Ziegen da reinwerfen oder sowas, hm? Oh Gott, ich bin gespannt. Ich hab doch gerade ganz viele Ziegen gefunden. Die sind doch einfach so drauf alle. Ja, ja, aber wie kriegen wir die dorthin? Das müssen wir rausfinden. Warte, können wir von der anderen Seite zur Schale? Oder soll man durchs Haus? Durchs Haus einfach? Können wir auch machen. Ja. Können wir auch machen. Okay, dann machen wir das. Gehen wir durchs Haus. Ah, ey. Lass mich jetzt echt nicht von der die ganze Zeit hier fertig machen. Nee. Nee. Das. Aber warte. Kannst du hier aufmachen, Pandoria? Weil das war irgendwie so mein... Warte mal, hier. Komm mal, Pandoria. Ja, warte. Nee, das hatte ich gerade... Ah, da. Da. Schnell, bevor die kommt. Was ist denn du für ein kleiner Heinzelmännchen? Verdammt, ey. Was bist du für den Lola? Boah, was bist denn du für einer? Pandoria kommt aus der Sampliste, den haben wir vergessen. Ja, echt? Nein, wo war das denn jetzt? Aber die geht nicht, oder? So, ja. Muss man mal was reinhauen? Vielleicht muss man irgendwie auch was zünden? Nee. Warte mal, da. Nichts mit gezündet Band. Scheiße, ich habe die G erst mal hingeworfen. Ja, ich habe auch... Warte mal. Lola. Nee, da muss ich hier die Ziegen... Warte mal, da ist auch was. Also, sag mal schon, warum zieht der recht? Da müssen wir sicher doch die Ziegen reinhauen, oder? Äh, das wäre ja voll furchtbar. Ja, ich weiß nicht. Aber muss man... Oder muss man die... Braucht man ein Messer, um die zu töten, die Ziegen, oder sowas? Ich habe ein Messer gesehen, aber keins von denen konnte man aufheben. Hm, vielleicht brauchen wir ein bestimmtes. Ein Ritualmesser, oder sowas, vielleicht. Die Ziegen zum Heulocken. Vielleicht die Ziegen zum Heulocken. Steht da, aber... Oh, stimmt. Die Ziegen mit... Die Ziegen mit Heulocken. Ich heul mal. Ich heul mal. Ich heul mal. Okay. Ach so, du hast auch. Gut, dann... Bahn, ich habe auch Heu. Bahn, was ist das nur für ein cooles Heu? Das ist das beste Heu der Welt. Das ist das beste Heu, Bahn. Ist das E-Bio-Heu? E-Bio-Heu? Warten, komm. E-Bio. E-Bio. Ja, ist auf jeden Fall Bio-Heu. Das ist das gute Bio-Heu. Ach, ich höre doch schon eine Ziege. Hallo? Ziege? Ich habe eine Ziege. Das auch gehört. Wahrscheinlich oben. Warte. Sehr gut, oder? Hallo? 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 Hallo, kleine Bibi. Siehst du sie? Nee. Wo ist denn die kleine Ziege? Keine Ehre, ich muss hier mal Kaffee machen. Könnte sein, dass die oben ist. Könnte, ja. Ja, die ist hier oben. Lass mal oben die suchen. Ja, warte, wird immer lauter, wird immer lauter. Hey, hallo, ihr beiden. Nein. Lock sie mal. Hier, da. Nimm das mal. Warte, warte, warte. Geh mal zurück, geh mal zurück kurz. Ja, ich geh zurück, ich geh zurück. Kommt ihr das essen? Das sind zwei Ziege sogar, Bahn. Ach, guck mal. Sie frisst, Bahn. Und jetzt? Wird die jetzt größer, oder was? Ich habe keine Ahnung. Oh Gott, das sind Dämonen-Ziene. Also, Ziege, also jetzt wirklich. Sie läuft, ihr Nachbarn. Lock sie zum... Ich habe die getamed. Pahn, Lock, du weißt nie, du... Nein, die geht doch wieder weg. Oh, Kacke. Was ist das denn? Hä, wie ist das mit denen? Nee, die kommen, oder? Kommen die? Hallo. Oh nein, im Chat habe ich gespoilert. Da steht Aufnehmen, wenn sie fressen. Den leg ich mal mit G hin. Ach so. Ja gut, dann machen wir das. Dann nimmt jeder von uns die Ziege. Pahn, ich nimm die Ziege. Komm, Pahn. Hast du eine? Ich habe eine Ziege, Pahn. Ja, ich habe eine Ziege, Pahn. Okay, nimm die Ziege. Zeig, Pahn. Pahn, ich habe die Ziege. Oh mein Gott. Du, ist das furchtbar. Okay. Pahn, wir gehen nach draußen, Pahn. Ja, ich kann die nicht durch. Okay. Pahn. Oh nein, ich will nicht, dass wir das machen müssen. Pahn, weißt du, was wir machen? Du reißt dir den Schädel ab und ich heil sie, Pahn. Ah! Pahn, links. Da, ich saß. Pahn, hier. Komm, jetzt geht's los, Pahn. Ja, aber vielleicht... Jetzt wird's richtig lustig. Ja, ich lache schon. Pahn, hier, ich bin da. So, was mache ich jetzt mit der Ziege? Ich weiß, es ist nur ein Spiel, es ist nur ein Spiel. Das muss ich... Oh, ich... Oh. Hast du das jetzt wirklich getan? Weiß ich nicht, Pahn, was habe ich getan? Du hast das jetzt echt... Du hast das halt getan. Was habe ich getan? Ich habe eh gedrückt, Pahn. Oh Gott, du hast die Ziege verbrannt. Jetzt ist hier ein Ding aufgeflammt. Das würde ich nie tun. Du hast das aufgeflammt. Warte, ich mache nochmal kurz Feuer an. Ich habe nicht... Ja, Mann. Ich habe doch nie eine Ziege auf. Wir müssen mehrere Ziegen. Wir müssen beide dann immer eine Ziege. Ist da ich nehme? Königin. Du bist die Königin des Horrors. Ich bin der König des Feuers. So, Pahn. Du bist grausam. Flammen der Tod. Flammen der Tod, Pahn. Hast du das Heu her, ne? Ich habe das Heu. Okay. Ich habe ich und mein Heu. Der Chat... Alle hassen dich jetzt. Ich habe doch nicht. Ich habe eh gedrückt. Die wussten doch nicht, dass ich das dann tut. Wieso muss man das tun in dem Spiel? Das ist ja furchtbar. Die sind alle besessen. Wahrscheinlich... Oh. Pahn. Immer jemand wieder. Jetzt geht es aber los hier. Sie sind da drin. Aber okay. Man weiß das, was wir machen. Warum ist die denn schon wieder aggro? Die blöde Kuh. Die ist immer aggro. I don't know. Pahn, du machst das jetzt mit der Ziege. Okay. Hier, da. Ich lege das Heu hin. Pahn, den Pseu auf. Ich will das mal sehen. Aus... Die hat Eiter. Patsi, hörst du mich noch? Pahn, komm rauf, Pahn. Pahn, komm rauf. Pahn, komm rauf. Pahn, komm rauf. Ja, ich komme, ich komme, ich komme. Entschuldigung. Die hatte ich nicht bitten. Dankeschön. Hey, gerne doch, Pahn. Ach, Dankeschön. Boah, was für eine Doofe, ey. Was ist das denn für eine Eiterfrau? Ja, was ist mit dir? Warum ist die so schlecht gelaufen? Jetzt soll ich es für ihn wirklich... Aber Kumpan, ich sagte... Die ist auch immer auch mal freundlicher. Ja? Boah, was ist das? Warte, 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 warte. Hallo, Ziege. Oh, Pahn, da ist der Fernseher. Pahn, schaut da an. Ah, Pahn! Ja. Pahn, hier. Oh, ist das denn? Oh, ja, ja, ja. Mach dir jetzt schon. Ja, ja, machst du das? Hier, mach mal, hier, da, hoi. Ja, aber hier ist gerade Fernseher und so. Okay, warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Die Anzirken? Warum ist das immer da überall? Die Anzirken? Oh, du hängst die Ziege an? Komm! Ich sagte, das war ganz furchtbar. aus bei dir. Pahn! Wie bist du hier weg? Mann, was soll denn das? Bist du wahnsinnig, Pahn? Pahn! Ja. Du kriegst doch keine Luft, Pahn, wenn du mich so hältst. Pahn! Ja, ich mach das jetzt ganz schnell, kurz und schmerzlos, okay? Pahn, wir spielen eh nicht mehr, wenn es weiter so geht. Du hängst doch. Pahn! Die armen Ziege. Ich ruf den Ziege zu rein. Ich fühl mich so schlecht. Ich fühl mich so schlecht. Wir machen das. Dann standeüss. when Detroitary und시다 Sunday Bruce. ich rufe.